Ich muss mal zählen, wie viele Kisten angekommen sind. 8, 16, 24, 32, 40, 8, 16, 24, 32, 40, 87 Kisten. 6, 6, 1, 6, 6, 1, 6, 6, 1, bitte, bitte, in der ersten Kiste. 3, 2, 1, bumm, 6, 6, 1, 6, 6, 1, bitte, die AK, sofort, die AK, so viel Pink, AK. 6, 6, 1, AK, StatTrak Fabrik Neu, wäre wert, um die eine Million Dollar, wurde noch nie gezogen. 6, 6, 1, AK, StatTrak Fabrik Neu, gib mir die Millionen, Baby, bitte, bumm, AK, 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 bitte, bitte, die AK, die AK. 1, 1, die AK. AK, gib mir die AK, bitte, 1, mal im Leben, die AK, 1, mal im Leben, die AK. Aaaaaaahhh! AK komm, gib mir die AK! Gib mir die AK! Einmal die AK, gib mir die AK, gib mir die AK! Was?! Er will nicht, dass die AK zieht, Digga! Die Werke kommen in den Pack! Die Werke kommen in den Pack! AK! 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 Bitte! Gib mir die AK! Gib mir die AK! Gib mir die AK! Die AK! Die AK! Was ist hier los? AK! Bitte jetzt die AK! Was?! Ist CSGO down? Ach, Digga! Also, das kann doch nicht sein! Digga, ich bin gerade auch... Ich bin gerade mit der... Mit der Spitzhacke kurz vor der 661! AK, gib mir die AK! 661111! Gib mir die AK! Die AK! Du... Factory new! Meine Malware! Factory new! Also, Bruder! Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt wieder so... Werde! Gib mir bitte die AK! Gib mir die AK! Die AK! Die AK! Die AK! Die AK! Bitte einmal die AK! Oh mein Gott! Stück Dreck! Du... Das ist leider das falsche Pink! Das ist ein 200 Euro Pink oder so! Nicht mal! Wir wollen die AK in Pink! Mit der Referenz Nummer 661 in StatTrack Fabrik Neu! Diese Waffe wäre... Die wurde noch nie gezogen! Wäre ungefähr eine Million Dollar wert! Ich möchte hier das eine Million Euro Ticket! Okay, weiter geht's! Ich bleib ruhig und relax! Ich würde aber mich über jeglichen lilanen Skin in StatTrack Fabrik Neu oder zumindestens Fabrik Neu aufräumen! Bitte gib mir die AK! Back to Back Pink! Pink, 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 Pink! Okay, StatTrack vielleicht? Oh! Dankeschön! Muchas gracias! Und auch noch Fabrik Neu! Schmeckt! Kostet so 180 Euro oder so! 160 Euro! Und wandert... Das ist gut! Die wandert in den Ordner rein, wo ich schon seit langer Zeit was vorbereite und zwar Trade-Ups! Und wie ihr sehen könnt, hat Onkel Monte schon einige von diesen Waffen hier! Da werden wir in naher Zukunft Trade-Ups machen! Und schauen, dass wir, wenn wir sie nicht aus der Kiste bekommen, sie per Trade-Up bekommen! Die AK-661! Gib mir bitte einmal die AK! Einmal die AK! Bitte! AK! 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 Hm! StatTrack? Okay, gut! Ist okay! In Field Tested? Nicht okay! Bitte Pink AK! Pink AK! Pink AK! Pink AK! Da war sie! Gib sie mir nochmal! Bitte! 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 No Look Pack! No Look! No Look! No Look! No Look! Gib mir einen guten Sound! Guten Sound! Guten Sound! Guten Sound! Müllblau! AK! Bitte! Gib mir die AK! Bitte! Ich flehe dich an Game! Du bist so gemein! Wir machen ein E-Zigaretten Pack! Bumm! Komm schon! Bitte! 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 Bitte die AK! Okay, StatTrack bitte! Schade, aber die ist Fabrik neu! Double Zero Float! Ist aber nicht selten bei der! Bring mir die AK! Oh, bitte die AK! Bitte die AK! Bitte die AK! Bitte die AK! Ach Digga! Ach Digga! Okay, Gönner J-Pack! Geht nicht anders! G steht für Gönnen! Zum Wohl! Stößt ihn aufs Müschen! Zum Wohl! G steht für Gönnen! Gönn mir die AK! Gib mir die AK! Es kann doch nicht sein Digga! Mann ey! Wo ist sie! Ja, okay! Spuck mich an! Ja, blau, 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 blau! Baut! Bitte! Einmal! Ist das gefühlt unmöglich Digga! Ich zieh sie einfach nicht. Skip! Ach, Digga, ey. So, ja, okay, scheiß auf. Digga, es ist wirklich zum Haar rausreißen. No look back. No look back. Gib mir einen guten Sound. Einen guten Sound. Müll. AK. 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 661, 661. Ach, Digga, ich hab keinen Baum mehr, Bruder. Wirklich. Bin ich gebrochen. Sag dir ehrlich, ich bin gebrochen. Ich kann nicht mehr. Nervlich am Ende. Gib mir die AK, gib mir die AK. Dreimal Pink vorbei, Digga. Du Stück... Stück... Tiermal Pink vorbeigezogen, Digga. Ja, dann f*** doch. Ach, der f*** doch, Digga. Scheiß drauf. Was ist das, Digga, ist das? Skip! Ach, okay. Das ist ja ein Witz, Digga, sag ich wirklich. AK, AK, AK. Bitte gib sie mir doch einmal, Bruder. Ich mach doch alles. Ich mach dich zur... Ich mach mich für dich zur Batsch, Digga. Ich mach alles, Digga. Gib mir die AK. Nee, natürlich nicht, Digga. No look. Gib mir einen guten Sound, gib mir einen guten Sound, guten Sound, guten Sound, guten Sound. Müll. Stattrack. Ja, super. Minimal Wear, super. Danke dir auch, Digga. Es ist wirklich armselig. Umdreh-Pack. Mit Sound. Oh, mindestens lila. Dies minimal wear. Nee, ist sogar viel getestet. Zweimal Pink vorbei. Ja, Digga. Skid! Ja, Digga. Na komm, bitte. Zeig ein Zeichen. Ich kann das nicht mehr, Digga. Ich kann das wirklich nicht mehr, Digga. Ich werde nicht belohnt. Ich werde nicht belohnt. Ich kann das nicht mehr, Bruder. Ak661, Digga. Das ist hier im Pack drinne. Warum zeigst du es mir nicht? Ist das nicht normal, Digga? Skid! Oh mein Gott, du bist so ein Stück Scheiße. Ich hab deine... Pink, Pink, Pink AK661, du... No look, Peck. Yallah, Habibi. AK661. Ich hab kein Wort mehr, Digga. Okay, rechnen wir den Schnitt durch. Wir haben 40 Kisten geöffnet. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zi... Neun lila, ein pink. Boah, weiß ich jetzt nicht, Diggi. Lohnt sich richtig. Oder für die 8000 Euro, die ich für diese Kisten ausgegeben habe, oder Skins für gegeben habe, Digga, hätte ich mir so viele schöne Glock 18er Stat-Track-Fabrikneue holen können für die Trade-Ups. Es lohnt, also rein finanziell gesehen lohnt es sich natürlich überhaupt nicht. Aber man möchte natürlich die AK am liebsten selber ziehen, ist ja klar, ne? Okay, seid ihr bereit? Ich frag nicht nach viel. Aber wir haben jetzt insgesamt... Wir haben insgesamt bestimmt schon über 200 Weapon-Cases gezogen, ohne einmal die AK gezogen zu haben, Digga. Bitte einmal die AK. Es kann doch nicht so schwer sein, Digga. Ja, da war sie, aber das bringt mir nichts. Blau, natürlich, natürlich blau. AK 661... Ach, Digga. Hier kommt jetzt blau und danach kommt pink. Skip! Okay, und jetzt kommt pink. Jetzt kommt pink AK. Jetzt kommt pink AK. 661. Das ist eine absolute Frechheit, Digga, dass ich sechs Kisten ziehe und nur blau bekomme aus dieser Scheiße, Digga. Ich bin gebrochen, Digga. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Ich bin... Ja, zeig mir die AK. Zeig sie mir doch nochmal. Ja, danke, danke. Bruder, ich hab acht Kisten hintereinander gerade blau gezogen. Acht Kisten hintereinander. Eine Kiste kostet 90 Euro, Digga. Das ist eine absolute Abzocke. Und ich werde Game finden und ingame in der P. Ja, okay, neun Kisten. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Zehn Kisten. Ich skipp durch, scheiß drauf. Ich scheiß auf die... Elf Kisten. Oh, danke, wow. Wow, Diggi, danke dir, Mann. Geil, Alter. Wow, ich fühl mich voll befriedigt, Alter. AK. 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 AK, 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 AK. Das ist nicht normal, Digga. Das ist wirklich nicht normal. Ich hab noch nie so schlecht die Kisten gezogen, Digga. Das ist hochgradig illegal. Ich will die eine Million AK. Gib sie mir. 661 AK. Ping, ping, ping. Du Stück Scheiß. Ich zieh nur blau. Heute Opel Corsa. Arme im Fenster. Oh, Dankeschön. Schulden. Und ich will die AK. 661. Ping, ping, ping. Ja. So, 20 Stück nochmal. Wie viele Kisten hat Ona aufgemacht? Weiß ich nicht im Stream, Digga. 80, 90 Dinger von denen hat er aufgemacht. Ich hab 200 aufgemacht und noch nicht einmal die AK. Er hat 90 Stück aufgemacht und hat 3- oder 4-mal oder 3-mal die AK, Digga. Kann doch wohl nicht sein. Die ersten Kisten waren noch gut, ne? Bin ich ganz ehrlich. Die ersten Kisten haben Hoffnung gemacht. Direkt ein schnelles Pink, auch wenn es das falsch war. Aber jetzt ist das einfach nur noch trostlos. Es ist einfach nur noch trostlos. Ich hab auch wirklich keinen Bock mehr, Digga. Und ich bereue es schon wieder, dass ich diese Scheißkiste geholt hab. Ist der Track? Ich bereue es, dass ich die Kisten geholt hab, sag ich ehrlich. Dann kaufe ich lieber die Waffen und mache Trade-Ups, Digga. Das ist doch... Da kommt ja gar nichts. Ich zieh nicht mal rot, pink. Digga, da kommt nur blau. 90 Euro die Kiste. Werden wir mich verarschen bei CSGO, Digga. Du... Na klar, na klar. Ja, na klar, das Ding. Tiga! 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 Nein. Einfach nein. Wow. Super. Wirklich super. So eine Verarsche, Digga. So eine Verarsche, Digi. Du kannst mir sagen, was du willst. Das ist einfach nur eine Verarsche. Ja, ja, ja. Er zeigt mir alles. Ja. 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 Ich hab deine Mutter. So eine Verarsche. Jetzt ist es... Das kannst du dir nicht ausdenken, was hier passiert Kannst du bei der Polizei anzeigen Als Betrug, Digga, sag ich so, wie es ist Nicht mal die würden es glauben, was sie Wenn die das hier sehen, die würden mir jetzt nicht glauben, Digga Die denken, das wäre Das wäre Fake, Digga Die würden denken, das wäre Fake, was hier gerade passiert So, wir haben noch sieben Stück Gabe Was habe ich dir getan? Ich möchte einfach nur einmal Nur einmal Die AK Pink Es muss auch nicht 661 sein Aber gib mir einfach nur einmal die AK Ich habe viel Geld investiert Und in dich belieft Aber du hast nicht zurückbelieft Und so langsam habe ich das Gefühl, du willst mich Und wer mich Wird ge Willst du ge Nein? Okay, kein Problem Gib mir die AK in Pink Ansonsten komme ich zu dir und dich In-Game, in RP natürlich No luck Blau Kann jetzt wirklich nicht mehr Blau 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 Ja, natürlich wieder. Na klar, blau. Last case. Magic. Ich predikte. Blau. Nice. Ich muss euch wirklich sagen, man ist nach so einer Session schon sehr im Bruch, Diggi. Ich sage euch auch warum. Weil, klar, erwartet man nicht den Reichtum oder ähnliches. Das ist ja ganz klar. Aber wir haben jetzt bestimmt 200 Kisten geöffnet von diesen Waffenkisten. Und nicht einmal haben wir da Glück gehabt. Das ist einfach sehr ununterhaltend. Für euch ist das unterhaltend, wenn man die ganze Zeit ausraste. Okay, verstehe ich. Aber mich nervt das einfach nur, Diggi. Montell in den Chat. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.